Warum sind Sie hier? Ich möchte nach Amerika. Ah, noch eine, verstehe. Dann wäre Paris ja ein erster Schritt. Ich sehe es gern, wenn meine Mädchen Ehrgeiz zeigen. Das ist mein Vater. So, er war Jude. Du musst ihn ein bisschen zappeln lassen. Er muss das Gefühl haben, dass er der Jäger ist. Und du bist das schöne, wilde Tier, das von ihm gejagt wird. La Bella Bambola. Die Stimme bringt die höchsten Ideale des Menschen zum Ausdruck. Seine Suche nach Stärke, Ruhm und Schönheit. Ist das deine? Alle Kinder hier sind meine. Wir sind eine Familie. Wir sind eins. Du wolltest doch nicht zu ihm ziehen, ohne verheiratet zu sein. Ich könnte dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Was findest du nur an Männern, die nichts besitzen? Schluss mit den Pferden! Schluss mit dem Dreckentheater! Die Zigeuner sollten zurückgehen, wo ihr hingehört. Sein Name ist Cesar. Sie kann sprechen, Labrunetta, hm? Du brauchst nicht für mich zu kämpfen. Aber wieso greifst du mich an? Ich bin keine von denen. Was bist du dann? Die Deutschen sind einmarschiert in Polen. Sie haben vor, alle zu verhaften. Niemand weiß, was du wirklich bist, aber du vergisst. Ich weiß es. Ich wünschte nur, ich könnte bei dir sein. Das wäre nicht gut für dich. Lieber fliehen und leben, als bleiben und sterben. Das wäre nicht gut für dich.